Dass du aus irgendeinem blöden Technobumsladen hier so einen Lutscher anschleppst. Was denn für einen Lutscher? Ich glaube, bei dir knallt es ein bisschen in den Kopf. Was ist denn los mit dir? Ja, weißt du was? Ich brech die Ausbildung ab. Was brichst du? Und dann ziehe ich hier aus. Du bist nämlich ein richtiger Psycho geworden. Du, ich klatsch dich weg, ja? Das ist nicht lustig. Aus meiner Tochter soll was Vernünftiges werden. Mit was in der Birne, nicht im Bauch. Ist das klar angekommen oder muss ich dir das ins Gesicht notieren? Oh, du bist nicht mal mein Vater. Was ist denn los mit dir? Ich kriege doch richtig Angst vor dir. Ich dachte, du hättest mich lieb. Ich hau hier ab. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Vielen Dank.